Shit, ich hätte das fast weggeducht, Leute. Zur größten nebenen Totenbeschwörerin. Ratham selbst wird mein Name fürchten. Oh. Oh, Mann. Oh, der wird im Bild weggemacht. Ah, nee, sie ist ja noch da drin im Kreis, ne? Es war schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr zuschaut. Den machen wir erstmal weg. Ja, labern wir mit dem Scheib. So, findet sie da drin? Wie kriegen wir die? Es ist vollbracht. Die Bresche ist geöffnet. Könnte es nicht aufhalten. Das will ich auch gar nicht. Ich habe es auf euch abgesehen. Ein Fehler meinerseits, der mich ausmerzen muss. Oh, bitte. Ihr werdet mich diesmal genau so wenig ausmerzen, wie das letzte Mal. Können wir killen oder so? Das Portal sieht seine Kraft aus der Essenz des Skelettkönigs. Ihr müsst hineingehen und das Band durchtrennen, das sie verbinden. Und wie soll ich das anstellen? Kötet Leoric. Ihr werdet überrascht, wie auch das funktioniert. Wie das will mit der Macht. Die Diablo in Leoric. Über die Untoten herrschen. Okay. Wir machen ihn weg. Wow. Battle Pass. Ja, okay. Kann ich was... Eine Woche, Leute. Okay, es ist ein neuer Battle Pass. Ja. Aufwerten. Was kostet Quatsch? Uh. Uh. Okay. Keine Ahnung. Was soll ich damit jetzt... Oh, er weiß ja nicht, wo ich bin. Ich muss halt diese komischen Hiltie-Punkte, ne? Ja. I don't know. Ich will ihn jetzt auch nicht warten lassen, hier. Huh. Schwierigkeit 2, nochmal. Empfohlen, Stufe 10. Alles okay. ja da kommt rein da kann nicht gestartet werden wenn gruppenmitglied offline ist aus der gruppe entfernen jetzt aber okay ich habe ihn gehofft ich habe mich verletzt aber ich habe den Schadern gefunden ich habe die Worte gefunden die Königin spirit würde mich zu Leorek und die Macht zu regeln okay sehr gut gemacht ich finde es okay sind jetzt also bei leorick ratten das ratten muss ich angst vor ratten haben oder was 18 massaker ratten schnell das ist ja schon ja das war aber unfair jetzt nicht wollte durch man gold und noch eine schatztruhe nicht liegen bleibt oh mein gott oh mein gott das hat der mensch macht bei mir geil 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 ja alles klar den haben wir aber gleich ich bin zwar nicht ich bin zwar nicht Ich will noch mal eben hier gucken. Nicht, dass wir das vergessen. Ah, hier wäre noch Haken gewesen. Na, egal. Ist hier noch jemand? Hallo? Hallo? Nein, was haben wir Tolles eingesammelt? Oh, wow, what? Mit einem Dreier-Slot. Stärke. Ja, nehmen wir mit. Die Diamanten übertragen. Haben wir noch einen? Ne, wir haben keine mehr. Schade. Schade, schade. Was ist das hier eigentlich? Resonanz, okay. Erhöht die Grundattribute der Errüstung um 0,75%. Naja, besser als nichts, ne? Habe ich schon gesagt, schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht. Wenn ja, dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Okay, weiter geht's. Wir können mal die Gegner ein bisschen sammeln, vielleicht. Ja. Oder auch nicht. So viel ist von mir nämlich gar nicht. Ja, doch. Ah, wird's ein Massaker? Ja. Ach, wenn. 19, ne? Das war's dann auch schon. Schade. Oh, wir steigen bald wieder auf. Von hier rein. Schimmert da so durch. Ähm. Was ist da unten los? Was ist das? Scheiße, Bruder. Was ist das? Alter, ich hab' Angst. Wer will da durch? Muss das denn sein? Das Ding ist riesig. Komm doch. Oh Gott. Ich hab' richtig Angst davor. Das Ding ist einfach unnormal groß. Die Ratte gibt mir erstmal schöne Ausschüsse. Ah, okay. Die kommen auch hier aus der Wand raus. Nice. Nice. Und hier. Stufen 24 schon. Ambruchstuf lang 6 halt, ne? Hat übrigens belohnt. Alter, Leute. Was ist hier los? Okay. Was hat er? Er hat ein Schild. Die Mohn gegen Schaden. Okay. Ich muss ja wohl hinter ihn kommen. Oder so machen. Oder einfach abwarten, wie es mehr läuft. Okay, hier geht die Wennige gerade. Ach, dann getötet. Massaker. Kommen wir noch ein paar? Nee, eins kommt ja. Oh my God. Oh my fucking God. Ich hab' Angst. Ich glaube, das Ding da noch. Oh ja, auch mehr vor dem Endz, ja. Den Endz ist gemeint, diese kleinen Gegner, die Endposte machen. Um sich abzulenken. Ich hab' auch einen Schaden. Ich hab' ihn vorgelegt. Ich hab' auch einen Schaden. Ich hab' den Maugen. Ich hab' ein Schaden. Ich hab' auch einen Schaden. Die macht mir doch ein Schaden. krank im sinne von ultra geil sie haben nichts gefunden was besser ist als die jetzige ausrüstung oder der schmied aber auch einiges zu tun wollte ich gar nicht hin wie komme ich wieder raus ok plus 6 rein was kostet ja hör mir doch auf wir zahlen dafür geld man bestimmt jemanden aber nicht ich okay so viele verschiedene gegner also krass ich finde ja das ist denn los wir finden richtig gute ausrüstung 6 willen kraft 7 stärke genauigkeitswertung um neun prozent erhöht und schaden ist gegen die walten den wir haben die dinger treffen ja immer auf die leute ich krieg eine bombe von mir von euch nicht idioten ok blau fox schleuder kann wahrscheinlich nicht besser sein als die goldene kommt mal rein wieder weg geflogen danke für nichts was denn neu frei den thron sei von allen gegnern okay unsere leichteste aufgabe neue hosen hosen hat ja auch komisch an neue bein kleider reingehen sollte dann sollte ich weiß es nicht oben geht gleich ab ok warte mal da haben wir was besseres kapuze ok die hat mehr punkte einfach und mehr vitalität nehmen wir mit wow die bombe ist schon geil ich weiß nicht mehr auf welcher stufe sie freigeschaltet hat aber sie ist gar nicht mehr auf range gehen weil wir sind ja nun mal range kämpfer hier schön drinnen bleiben ne zack deine rüstung weg gemacht ja junge ist doch gut werf dein Speer doch Geld 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 es hat auch die frage was ich mich jetzt stelle wenn man hier schon in so Gruppen rein kann muss man das irgendwann machen oder kann man auch alleine spielen das interessiert mich sehr gut das war jetzt verschwendet ordentlich verschwendet da haben wir den skelettkönig der 30.000 das weg machen mal her und vielleicht mal eine bombe reinlaufen werden fährt hier ja wie ungerecht so wünsche ich mir das außer na wie lange wird sie noch ja da war richtig schließt in ach so ich könnte jetzt hier noch rum rum düdeln quasi aber wir haben alles gemacht wir haben alles eingesammelt alle gekillt ich kann auch mal ein stück zurücklaufen einfach nur aus spaß an der freude und noch so ein sockel teil digga so viel diamanten haben wir nicht noch nie kriegen das doch wahrscheinlich schon wir haben aber alles hier gemacht dann lass mal raus hier ne so wahrscheinlich noch ein bisschen rum gelabert okay neues paket freigeschaltet schließt in der basche den königs ab einen fordern okay diese aufgaben macht man jetzt also für für den bettel pass oder was verdiene 40 kampfpunkte kampfpunkte keine ahnung wie es geht so brosch jetzt waren wir den königsempfohlen haben wir gemacht zweimal 2 25 oder 25 man soll das jetzt öfter machen viermal oder was aha weiß ich nicht battle pass guide verdiene 40 kampfpunkte haben wir okay reiche stufe 18 haben wir auch natürlich was heißt natürlich aber naja ja nennt mehr überlegen der edelsteine das können wir auch mal machen fahrer mit der haupte fort um actual guide ziel anzuschließen also geht das nicht was haben wir jetzt hier junge ja ist doch in ordnung jetzt ein einmaliges paket ist jetzt im shop erhältlich ja komm das paket hatten wir aber schon mal einen euro oder wie noch mal einen euro da noch mal einen euro hm was gibt es denn überhaupt es gibt edelsteine wird beim öffnen eines ältesten portals verwendet um eine modifikation zum portals zu verfügen runen als belohnung ok edelsteine als belohnung ja damit locken die doch ja ich würde sagen wir beenden hier die folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder ich werde mal zurück gehen ähm ich glaube erstmal zum schmied da unten erstmal unsere sachen los werden und dann sehen wir uns nächste folge haut rein haut rein